Sie haben den Auftrag bekommen, digitale Grundbildung zu unterrichten, möglicherweise sogar integrativ in einem anderen Unterrichtsgegenstand und wissen noch nicht so recht, wie und was? Dieser MOOC kann Ihnen da behilflich sein. Herzlich willkommen zu Computational Thinking mit BBC Microbit, der MOOC zum freien Schulbuch. In diesem MOOC werden Sie nicht nur das freie Schulbuch zum Bereich Computational Thinking kennenlernen. Sie werden auch selbst programmieren, damit Sie Ihren Schülerinnen und Schülern tatkräftig zur Seite stehen können. Das klingt interessant? Dann schreiben Sie sich doch einfach zum MOOC ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.